Herzlich Willkommen, Leute, zur letzten Folge von Minecraft Stadterder Season 1. Mit der Weise Kunran, Anne, Shigulik mit Goro, Sachse, Backfly, Grants und Manus. Guten Morgen. Hallo, Leute. Alle sind hier in der Gruppe, außer Krabs und Nancy. Die haben sich nicht abgemeldet und wir haben gesagt, wenn in einer Woche zwei Leute fehlen, ist es bei Gatsache. Dann ist es vorbei. Ach, jetzt schieb da nur die Schülter auf die andere. Ja, ja, so kennen wir ihn. Deswegen, Nancy und Krabs haben sich da nicht an die Regeln gehalten. So kennen wir ihn, den Schlingel. Einer darf sich immer abmelden. In der Fall war es einfach so weg gewesen. Das ist nicht explodiert. Das ist unverwundbar, das ist unfair. Wir wollen die erste Season wenden und uns auf ein anderes Projekt konzentrieren. Auch wieder Minecraft bedingt. Natürlich, also Minecraft hat ja das Season 2 und wollen das Ganze noch ein bisschen spannender gestalten. Ich denke, das werden wir auch gut hinkriegen. Das war jetzt erstmal wieder ein Testlauf. Wir hatten jetzt über ein Jahr kein Minecraft-Projekt. Da müssen wir schauen, wie es wieder geht. Somit auch kein Minecraft gespielt. Und wir dann... Ja, da sind übrigens anderen Kundern schuld. Nicht nächste Woche aufgenommen. Ja, wieder zwei Leute, die nicht da sind. Da will eine Frage haben. Darf ich euch nochmal meine Höhle ganz kurz einladen? Oh Gott. Die habe ich gewundert und zugeschüttet. Warum? Wir gehen einmal rum. Weil ich dachte, du bist draus. Lass mal einmal. Ach ja, übrigens, wir haben wirklich... Wir haben wirklich all deine Kisten gelootet, Manus, weil wir dachten, du rübsst eher raus. Ey, ihr seid so gemein. Ey, ihr seid so gemein. Ich kann das da zerstören. Leichenflattern nennt man das. Geht das nicht? Boah, die ganze Armee hier hinterher. Nix kaputt machen. Nix kaputt machen, sagt er. Lockt uns in eine riesige Falle, weil er hat einen TNT. Das nehme ich. Ähm. So, scheiße. Weil wir alle beim Manus sind. Du kriegst so einen Kaffee hier. Nimm den Kaffee. Kassbrennt. Kassbrennt. Du hast nix mehr. Ey, das ist doch sche... Ey. Komm, Mann. Ey, das ist schon euer Ernst hier. Oh ja. Anders, du brennst. Ja, ich weiß. Das ist so ne schöne Lieferung. Wir stehen in Kaffee. Also auf jeden Fall die nächste Folge, also vom nächsten Projekt direkt, wird in zwei Wochen Montag aufgenommen. Ein Kaffee. Geht dann auch direkt los. Ey, Alter. Ähm. Montagabend direkt. Direkt. Upload. Ja. Wir streamen das Projekt. Wir streamen das. Und dann schauen wir doch mal, wie die zweite Staffel so läuft und gucken mal, was für die dritte Staffel endläuft. Oh. Hey. Boah. Kranz war's. Ich war das nicht. Der hat immer noch TNT in der Hand. Achso. Shit. Lass mal jetzt zu, äh, hier, McFly gehen. Oh. McFly. Nein, wartet auf mich. Holger, ne. Der Trottel. Kann ich mal so viel TNT haben bei der Kranz? Äh, ich hab keins mehr jetzt leider. Echt sowas. Oh. Irgendjemand hat aber das letzte eben eingesammelt. Ich glaub, Kundran. Was habt ihr eingesammelt? Ich bin gestorben. Oh. 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 Mich hat, mich hat Manus getötet. Ja. Ich hab jetzt extra sogar einen Weg in die Stadt mit gebaut, aber nein. Man hat ja eigentlich keine Wege gebaut. Ja, ich hab niemand Feuerzeug. Ich hab bei Brandy zum Haus einen Weg gebaut. Brandy zum Haus? Da. Ja. Ist so gut. Oh, der Sachse, warte, keine Reaktion. Oh, ich hab's. Oh Gott. Lol. Lol. Oh Gott. Oh Gott. Du Artkicks. Wie hat der das? Wie hat der das überlegt, ey? Das ist der schöne Weg, den McFly hier. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Was seid ihr für Untermenschen, ey? Untermenschen, was soll's denn? Schieben wir das TNT noch in der Hand. Ich hab das TNT noch in der Hand. Ich hätt gern McFly's Haus gesehen. Ich habe noch eins. Ich auch. Ich nicht eigentlich. Da könnt ihr ja gerne bei McFly vorbeischauen. Der hat echt viele schöne Aufnahmen gemacht. Ja, absolut. Boah. Das sieht ganz geil aus. Ich hab die Welt ja vorher gespeichert. Besser ist das. Es sind so viele überall in den Löcher jetzt. So, jetzt gehen wir zum Sachsen. Das will ich sowieso sehen und meine Zuschauer will ich auch. Das will ich auch. Streichholz hier, Feuerzeug. Rennen wir sie wieder. Hat mal jemand ein Feuerzeug für mich? Ja. Das ist also das Haus vom Sachsen. Oh, gib mal. Eine 1 zu 1 Nachbildung vom Osten. Also zumindest die Mauer steht. Haha, wie schlecht war das denn? Oh, der Sachsen zündetzer an Erdnangezünder. Fast so schlecht wie ich. Oh, Sachsen zündetzer an. Hier, Goro, guck mal, was ich für dich heute gehabt hätte. Oh, nice. Er muss erst den Eingang brennen. Man kommt sonst nicht rein. Oh, ein schöner Obstgarten. Er erinnert mich an die letzte Folge Game of Thrones. Jetzt hört auf mit Game of Thrones. Die Scheiße will ich mir nicht lange antun. Ich dachte, scheiße. Scheiße, Mann, scheiße. Du bist scheiße. Ganz genau. Aber guck mal, der Sachse hat Dynamit gepflanzt. Oh mein Gott. Das ist doch mal eine schöne Pflanze. Kann es sein, dass es ein bisschen ruckelt? Oh Gott. Oh Gott. Ja, weil hier alle Explos... Alle Explos... Au. Was? Explosionen? Hey, hier liegen ganz viele Sachen. Ihr Monster. Anne, wollt ihr gesprengen? Wir mit Tomaten? Ja. Ich hab auch nichts mehr zu essen. So, ich hab... Lieber dein Kaffee zum Tier. Ja. Noch ein bisschen Lau und Oka und Bohnen. Mach ich das halt im... Billy Coppert. Ey, Sachsen, dein Feuerzeug brennt immer noch alles nieder, ne? Oh, jetzt ruckelt's gleich. Ja, es ruckelt jetzt schon. Oh, ab zur Kirche. Nein! Ab zur Kirche. Brennt die Kirche nieder! Ihr könnt die Kirche von hier unten sehen. Da geh ich jetzt nicht hoch. Wir sind die Fuchs gerade des Dorf. Ich bring euch da was runter. Warum darf er fliegen? Bringt der das Stück der Kirche runter? Was macht der da oben? Die Kirche kommt gleich, Leute. Oh nein! Wir müssen alle hingucken. Anne hat auch sehr gut gebaut. Muss man sagen. Kann man bei Anne sehen. Hat wirklich schön gebaut. Was damit? Hey! Guck mal, go! Rennt ihr halt ein Händchen. Anne hat wirklich schön gebaut. Anne, verteidige deinen Ort. Oh Gott, lauter schnell hoch! Oh, oh, oh! Was machst du da? Los! Der Berg dahinter ist einfach verschwunden gerade. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist einfach verschwunden teilweise. Vorne ist doch da alles. Bei mir ist überhaupt nichts passiert. Ach, das kommt. Es läuft auf jeden Fall Wasser runter. Warte, ich schieße da auf jeden Fall den Pfeil, die dann explodiert. Ich kann mir nicht helfen. Zu kurz! Da geht jemand hoch! Hier ist ein Dynamit bis nach, äh, ein TNT bis nach hier vorne geflogen. Oh! Ihr Monster! Also, bei mir sieht's immer noch so aus wie vorher. Ja! Ja! Der Berg sieht echt noch so aus! Ja! Ich mein, aber man muss ja jetzt einfach mal das schönste Haus des ganzen Servers bewundern, hier, ne? Bei Craps. Ja, das machen wir auch nicht kaputt. Das machen wir nicht kaputt. Das bleibt. Das bleibt. Er ist mit Abstand, glaub ich, das beste Haus gebaut hat. Craps hat gewonnen. Ja, er muss ja sein Haus alleine zerstören dürfen. Ja, jetzt haupt Max nicht nur, weil er traurig ist. Ah, der ist noch nicht fertig. Oh, stimmt. Ein Keller. Das ist echt schön. Ja, hier wollte er noch die, die Fässer reinbauen, denn die... Das ist der Keller. Stimmt. Das kann er. Wenn er was kann, dann ist das, aber er sonst nix kann, wach? Komm mal, alle was essen holen. Wer hat das angezündet? Was? Das war Grenz! Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Das ist ein kleines Kind und spielt mit Feuer, gern. Oh, das verbreitet sich ein bisschen arg schneller. Oh nein! Hast du den gemacht? Das brennt wie Zonda. Löschen! Jetzt löschen! 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 Ich lösche es! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist von vorne noch! Warte, ist drinnen alles okay? Ja, ja. Hoffentlich. Aber das ist weitergegangen. Okay, sieht gut aus. Können wir in Richtung Goros, äh, Goros Erdloch gucken? Also Goros, äh, müssen wir auf jeden Fall schwenken. Ey, warum denn? Ich hab mir dieses Naturschutzgebiet, ey. Ich führe euch jetzt einfach in eine andere Richtung, als da, wo mein Haus ist. Oh Mann! Hier, das ist meins da drüben. Dieses mit den Wasserfällen. Das aussieht wie ein Troll. Das aussieht, das, das... Ja, ich hab mich diesmal selbst über... AAH! Ihr Spastis! Das ist mir hier reingefallen. Ey, da fang ich noch mal dein Haus da, lo! Mach ich gleich noch. Das wird der Knaller. Ich mach den Kopf schon mal voll, ey. Setz und mach hier ein TNT in ein Minecraft rein. Das hat, äh... Ich mach den Kopf schon mal voll. Das hat, äh... So, ist das einfach dein Bambus, der da in der Hose wächst? Das ist mein Bambus. Kann man einen echten Bambus sehen? Oh, ne echte Küche, wie hübsch. Was labert ihr? Ganz schön viel Scheiße hier, aha. Ganz schön viel Nice eigentlich, die Küche. Ich weiß, bei dir, Bambus, bei dir wächst nicht mehr so viel mit Malte, aber... Ja. So, das ist echt mega hübsch hier mit den ganzen... Guck mal, dann kann man einfach draufhauen, dann kriegt man ganz viele Kuchen. Interessanter Nachttisch, würd ich sagen. Echt? Der interessante Nachttisch, hörst du da. Oh nein. Das ist Buttermanus. Dann sagst du, ich kann dich reiben. Nein. Ich geh raus. Ich renne auch raus. Was? Das ist nur ne Dingle. Ich hab leider kein Dach... Ich hab leider kein Dach hingebracht. Das war nur ne Fackel. Der möchte sich mit Butter einreiben. Tut mir leid um das Haus. Das find ich auch gut. Hä? Wer sieht man da? Wenn's fertig wär, wahrscheinlich schon, ja. Keine Zeit. Ich musste ja mal kochen. Was für ein Dach hast du denn gedacht? Manus, ich hab ne ganze Zeit lang neben dir gewohnt. Alle Häuser hier sind ziemlich schön, die ich jetzt grad so gesehen hab. Was ist das für ne komische Brücke da oben? Jetzt lass uns doch bitte mal den Pinocchio auch noch sprengen. Warte, der Kopf ist doch voll. Das ist das Finale. Guckt ihr auch alle hin? Das ist das Finale. Guckt ihr alle zum Pinocchio? Warte, ich muss ja auch noch rauskommen. Und den Weihnachtsbaum. Den will ich auch gesprengt sehen. Pinocchio brennt! Ich komm nicht raus! Ah! Es ist wie bei... Oh! Oh! In your face! Nice! Das war so geil aus. Das war sehr gut, ja? Ich hab Dynamin vom Kopf gekriegt. Ich auch. Das ganze Glashaus ist mit weggeflogen. Was? Keine Chance. Aber das Wasser ist noch da. Aber das Wasser hält. Jetzt können wir die Felder auch endlich zertrampeln, ey. Ahaha! Ey, mit dem Feld. Ich hab so lange gebraucht, um das fertig zu bekommen. Gerade das hier. Ja. Da, du. Jaaaa! Jaaaa! Ach, das ist auch noch dein Feld hier? Jaaaa! Das gehört auch los. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil hier wurde ja auch immer der ganze Zeit Dünger geklaut, ne? Ja. Oh, guck mal, das Haus ist auch noch nicht fertig mit den Strohpallen. Jaaaa! Jaaaa! Da bin ich grad dabei. Weiß ich doch, wenn das Dachrostig ist, ey. Oh mein Gott! Nicht mein Haus sprengen! Das wird wohl Kollateralschaden werden gleich. Jaaaa! Definitiv! Denk ich auch. Oho! Manus! Tu es! Eikonrad! Tu es! Oh! Was? Anzünden! Oh, das Wasserratz! Nein, 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 klar. Ich esse, wenn alle da sind. Das muss auch sein. Ey, hier war die Schlucht! Die Schlucht war genau unter meinem Feld! Ein Block da drunter! Awww! Habt ihr nicht gefunden? Will, dass du die Kühe und Schafen von Chilo sprengst. Hey! Ey, da kommt keiner hin! Das kommt ja wohl selbst, ja? Peter! Ich glaub, hier kommt keiner hin. Schlachtet sie! Mach an die Scheiße! Oh mein Gott, meine armen Peter, ey! Scheint so, die laufen alle weiter. Ich geh mit euch unter! Ich geh mit euch unter! Ich schieß die Kuh da ab! Ich geh mit den Klamenschuss! Oh, wow! Zu spät! Der Kaff ist am Fallschaden geschaffen! Fleisch ist fertig, Leute! Jo! Ein Kuh hat überlebt! I call Kannibalismus! Mach sie fertig! Das ist keine Kuh! Chigo ist sinnlos gestorben! Manus tötet sie gerade! Er boxt sie tot! Ich hab sie tot geboten! Ja! Boot geboxt! Lecker frisches Rot! Boots ist alt! Oh, da geht sie los! Oh, guck mal! Der Kaff mit Taylor hat überlebt! Oh, oh! Ja, ist klar! Dann killen wir den Sachsen jetzt! Oh, oh! Oh, oh! Ich kann mit Bambus schlagen! Wer will denn da? Hey, Anna! Wir haben aber doch schon ganz schön viel gebaut, muss man sagen! Ist doch schon eine ganze Menge bei rumgekommen! Am schönsten war die Höhle bei Manu! Das war mit Abstand der Grund, warum wir aufgehört haben! Du hättest nie so ein schönes Haus gehabt, wenn es mich nicht gegeben hätte! Ist auch nicht schlecht bei Nancy hier! Ich bin auf jeden Fall schon auf Staffel 2 gespannt! Halt richtig, dass wir irgendwie ein Projekt haben, was wir zusammen spielen können! Das ist schon gut! Ja! Es ruckelt wieder! Hey! Es ruckelt wieder! Da werden die Schafe gesniped! Es ruckelt wieder! Es ist wahrscheinlich Wasser! Bei Grants war ich ewig nicht, glaube ich! Oh mein Gott! Ich will hier weg, bevor die Schafe rausgehen! Oh Gott! Oh Gott! Das sieht gleich witzig aus! Oh lol! Das war's! Ich bin tot! Boah! Das ist eine Schafe! Das ist eine Schafe! Aber hier ist eine Schlucht! Boah! Und wieder ruckelt es! Guck mal! Direkt unter den Schafen war eine Schlucht! Hier hinten Grants war ein komisches Ding! Das muss richtig reduzieren! Das geht nicht kaputt! Das ist aus Stahl! Du brauchst einen TNT für in der Mitte, dann geht alles kaputt! Ich will über... Nicht die Schneemänner! Die Schneemänner! Macht sie fertig! Macht sie fertig! Schneemannarmee! Rennt in meine Vergiftungsdinger da, ey! Sterben sollt ihr alle! Hahaha! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die Schneemänner! Wohl! Oh siehste, steht doch noch gut, ey! Du hast du bewusst geworden! Ich bin ja auch ein Schmied! Ey, da ist doch mal safe! Der Safe hat überlebt! Der Safe hat überlebt! Lava kommt hier raus! Ach, das ist die Schlucht runtergefallen! Ja! Was fehlt noch auf das Sägewerk, wa? Ey, Goro! Bring die Mäude mal zum Sägewerk! Ich find's gut, wie alle Leute vergiftet sind jetzt, ey! Geschieht euch recht! Hier lang, Freunde! Komm Sachse! Da wo der Wald brennt! Da brennt schon! Den Wald abgefuckt! Oh ja! Oh, die haben schon angezündet! Die haben ohne uns angefuckt! Nein! 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 Endlich anfühlen im Sägewerk! Nur alles drumherum! Ich find's aber cool, dass das Sägewerk bei 3040 folgendlich einen einzigen Holzblock geliefert hat! Das war schön! Ja! Ja! Ihr habt uns auch kein Holz geliefert! Lass sie brennen! So, wie jetzt? Zünd an das Ding! Sind alle da? Liquid soll da auch... Nein! Er gehört dazu! Oh mein Gott! Knusprige Ente! Komm nicht raus! Rechtzeitig! Ich! Oh! Oh! Jawoll! Da war Fabi! Da war Fabi! Wie heftig wird noch! 40 Folgen! Das ist gar nichts! Da sind zwei Steine! Das sah das einzige aus, was komplett verschwunden ist! Okay, meins ist auch... Das ist auch echt schlecht gebaut, ey! Der Troll ist auf dem Platz, ey! Der Troll ist auch komplett! Hallo, bei Sachsen musste nicht mal TNT geplantet werden! Ja, das reicht ja! Einfach ein Einwandfeuerzeug! Das Haus vom Sachsen wäre im Winter eher eingegangen, ey! Du meinst das Schönste? Ah! Im Herbst wäre das so eine Krippe! Eben, ey! Der ist von alleine umgekippt, ey! Oh jetzt kommt noch Goro! Goros Küche! Goro ist da! Mann, die ganzen Items! Der Server wird crashen! Ich wollte gerade sagen, die ganzen grünen Zeug... Die gehen doch alle kaputt! Da ist noch jemand drin! Oh toll, Chigo! Entschuldigung! Wollen wir ganz gemütlich das Haus mit angucken, Herr Gober! Ich will im Haus sein, wenn's passiert! Ich will dabei sein! Ich will mit drauf gehen! Ich schaue auf die Äpfel mit! Geht das, wenn ich einfach nach oben so einen TNT-Turm baue? Baut der sich nach unten ab? Ja, das geht! Ich will dabei sein! Doch, die fallen dann einfach runter, wenn die aktiviert werden! Deswegen... Ja, aber die können ja nicht... Uah! Oha! Das Haus, es hat so viel... Aber man muss oben anzünden! Oh Gott! Au! Es hat so viele Creeper überlebt und jetzt... Liquid brennt da auf! Oh mein Gott! Ah! Da oben! Oh nein! Oh nein! Oh! Die Zillenschnur! Wow! Oho! Oho! Vor allem ist Weg-Manus gestoppt! Wie hat Goro das dazu benebt? Goros Haus ist einfach weg, weg, abgebaut. Naja, es ist kein... Goros Haus steht doch noch davor, dieses Drecks-Ding. Hier, gib mir ein bisschen Erde, ich baue mir ein neues. Steht noch. Goros Haus ist einfach abgebaut worden. Da steht. Hörst du mal auf, das sind meine preisgekröten Kühe. Ja, die haben jetzt auch ausgeliebt hier. Der braucht hier schon niemand. Sieglinde! Sieglinde! Dafür muss Kondort sterben. Aua! Wir haben echt viel gebaut. Das hat der Mann dir getan. Warum hat Kondort Butter bei sich? Ja, war ganz lustig. Butter bei den Fische. Ah! PvP, Mann! Oh! Hey, ich hab gar nicht mehr... Du hast mich zuerst gehauen! Du hast angefangen! Eine wunderbare Vorbereitung. Eskalation, alle! Ich hab mein Pony! So perfekt, ne? PvP! Alle sind tot. Okay, alles klar. Ich liebe dich. Nice. Ja, dann haben wir alles geschafft. Mein Pony lebt noch. Achso. Ihr Pony lebt noch! Hinter! Wie viele Herzen haben wir denn hier? Ja, äh, 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 äh. Was? Ja, äh. Ja, äh. Ja, äh, was denn? Ja, äh. Bis zur nächsten Staffel, Leute! Bis zur nächsten Staffel! Bis morgen! Groß Neues! Frohe Weihnachten schonmal, falls ihr uns nicht mehr so freuen. Macht's gut, Leute! Tschüss! Tschüss! Oh, Droid!